Bleibst du wohl hier? Hey! Äh, Heidi-Dai? Guido! Was machst du denn da drin, hä? Ähm, ich hab mich nur versteckt, weil's mir draußen zu stürmisch war. Hallo Guido, erinnerst du dich an mich und Ruby? Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als du auf Babytrizia aufgepasst hast. Chomper, der freundliche Schafzahn. Wie könnte ich dich vergessen? Du bist doch immer noch freundlich, oder? Ja, hast du endlich fliegen gelernt? Ach das, naja, wenn man durch die Lüfte gleiten will, muss man erstmal vom Boden hochkommen, das ist ganz schön schwer. Vielleicht die große Windblaserei dir helfen, mir dir zeig wie geht. Das ist mir ein bisschen zu stürmisch. Ach, das ist halb so wild, Guido. Petri kann dir ja helfen. Ach ja? Oh, ja, mir kann. Na ja, ich würde wirklich liebend gerne fliegen. Ich hätte in meinem Baumstumpf bleiben sollen. Du kannst das, du guter Gleiter. Nett von dir das zu sagen, aber... Flügel, Guido, Flügel! Was? Oh, äh, richtig, Flügel! Wow, wow, wow! Mit wem, du fliegst sehr gut? Tatsächlich, sieht ganz so aus, was? Jetzt, du mir folgst! Na, das kann ja heiter werden. Ah! Wow, 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 wow! Jetzt etwas zu stürmisch. Wir schluss machen. Gute Idee, obwohl ich noch... Hey, warte! Hast du gesehen, wie ich geflogen bin? Los, Petri, das machen wir gleich nochmal. Ich will noch einmal durch die Lüfte segeln. Oh, komm schon, Petri, bitte, 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 bitte! Nein, jetzt viel zu stürmisch. Ihr fliegt morgen. Erst morgen? Aber meine Flügel sind gerade erst warm geworden. Nö, nö, nicht sicher. Ich dachte, der Wind wäre gut. Hä? Hast du gesehen? Alles ist bestens. Das macht dir solchen Spaß. Ah! Oh, nein! Junge, Junge! Was macht er denn da? Warum fliegt Guido so hoch? Hey, Wind, hör auf! Hilfe! Oh, mir muss ihm helfen. Oh, nein! Der Wind will sie zum schwarzen Felsen! Oh, ins geheimnisvolle Jenseits? Oh, nein, nein, nein! Ah! Wir müssen den Erwachsenen Bescheid sagen. Ah, mir fix und fertig. Petri, der Wind hat aufgehört. Aua! Aua! Mehr? Kann ich mehr? Verhöre sie! No! Dad... Ah! Oh nein, noch auch das. Oh. Ich will nie, nie wieder fliegen. Oh, das ist deine Schuld. Oh, was das hier für ein Ort. Ich, also ich glaube wir sind im schwarzen Felsen. Schwarzer Felsen, das ist nicht gut. Ich weiß, hilfst du mir mal hoch? Oh, ich bin ganz blöd auf meinem Fuß gelandet. Das ist ganz dunkel. Und mir kann nicht mehr fliegt. Aber wenigstens kannst du noch laufen. Sieh mal, ob du einen Weg hier raus findest, ja? Oh, na schön, gut. Ah, zu hoch, ihr geht nicht raus. Ja, Pietri. Da hat sich was bewegt. Da, da drüben. Mir gar nichts gesät. Ist viel zu dunkel. Und ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe Angst vor Höhlen. Aber am allermeisten habe ich Angst davor, Angst zu hören. Das ist nur die Schuld von diesem blöden Wind. Ich hoffe, sie finden Pietri und Guido bald. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Was ist das? Wenn es zu Furchte entflößt, sag's mir lieber nicht. Du musst mich warnen, bevor du was sagst. Licht, da vorne gleich. Ah, eine Höhlensternpflanze. Na, wenigstens musst du nicht verhungern. Ah, Hablinge. Gut für dir. Du fühlst dir besser. Hm. Ja, gar nicht schlecht für Höhlenkrabbelige. Pietri? Du hungrig. Oh, entschuldigt. Ich glaube, ich habe nicht mehr die besten meinen Herren. Ich bekomme nämlich nicht sehr oft Besuch. Mein Name ist Swoopa. Ich lebe hier schon eine ganze lange Weile. Aber es ist gar nicht so schlimm. Seht ihr? Ich bin nicht allein. Das da ist Cliff. Der schlanke Bursche da drüben ist Slim. Und der gutaussehende Typ in der Ecke ist Ecky. Er hat nicht mehr alle Zacken auf dem Rücken. Warum du leben hier? Na ja, weil... Weil ich blind bin. Oh. Oh. Oh nein, sie haben ihn nicht gefunden. Pietris Mama sieht ganz schön fertig aus. Was stehen wir denn hier rum? Wir müssen irgendetwas unternehmen. Ich hasse es, so hilflos zu sein. Hey, vielleicht können wir Pietri und Guido nicht helfen. Aber wir können den Helfern helfen. Swoopa, du blind? Wie, du kommst zurecht? Oh, na ja, ganz einfach. Ich kenne jeden Winkel in dieser Höhle. Mein Gehör und Geruchssinn sagt mir exakt, was hier vorgeht. Ja, so habe ich auch mitbekommen, dass ihr mir meine Höhlensterne wegfuttert. Bei uns in Großes Tal gibt es jede Menge Futter. Alle gute Freunde, alle glücklich und zufrieden. Das große Tal? Das klingt wie die Art von Zuhause, von der ich immer geträumt habe. Natürlich bin ich niemals dort gewesen, denn das wäre viel zu riskant für einen blinden alten Flieger wie mich. Ach, mir wünschte, wir könnten dir hinbringen. Aber, oh, mir kann leider nicht mehr fliegen. Guido auch verletzt und ganz blöde Sache. Ach, wir wollen niemals zurück in Großes Tal. Japp, 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 japp. Wenn wir da rausgehen, sind wir garantiert eine Mahlzeit für einen Scharfzahn. Naja, vielleicht gibt es doch einen Weg. Wie wäre es damit? Du fliegst und Petri und ich reiten auf deinem Rücken. Dann sind wir deine Augen. Ach, ich weiß nicht. Das klingt ganz schön riskant. Vielleicht etwas zu riskant. Ich muss noch ein bisschen nachdenken, bevor ich mich dazu entschließen kann. Also, ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich werde euch drei vermissen. Ich fliege zusammen mit meinen neuen Freunden ins große Tal. Wenn ihr hier jemals rauskommt, dann besucht mich da, alles klar? Ah, frische Luft tut gut. Oh, zu viel frische Luft tut gar nicht gut. Pause in die Richtung. Na, dann gehen wir es an. Hopp, hopp, rauf mit euch. Super. Sag mal, wann bist du eigentlich das letzte Mal geflogen? Oh, lass mich mal überlegen. Das ist schon ziemlich lange her. Also, vielleicht sollten wir noch mal darüber nachdenken, ob wir... Ja! Und ab geht der wilde Schluck. Oh, tut mir leid, Jungs. Ich muss mich erst mal daran erinnern, wie das geht. Also, wo lang jetzt? Naja, also schön, ein kleines Stück weiter nach links. Aber warte, nicht so viel. Ja, gut, das ist schon besser. Das ist der schnellste Weg zum großen Tal. Nein, 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 nein. Viel zu windig, Klick. Wir fliegen drumrum. Lieber nach rechts. Links. 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 Rechts. Links. Rechts. Hört mal her. Wenn wir irgendwo ankommen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Also schön, Zuber hat recht. Du bist mehr geflogen, Pietri. Sag uns, wo wir lang müssen. Aber Guido hilft auch. Fühl mir die Flügel, ob der Wind sich dreht. Das ist einfach. Ja, schon besser. Jetzt geht es wenigstens nur in eine Richtung. Hallo. Hier sind ein paar Baumsterne. Wir haben genug für alle Flieger gesammelt. Wir möchten helfen. Ich danke euch vielmals, Kinder. Ich habe nichts mehr gegessen, seit... Oh, nicht traurig sein. Pietri kommt wieder nach Hause. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, das hoffe ich auch. Sie kommen wieder nach Hause. Aber der Wind muss aufhören zu wehen, damit wir die beiden finden können. Hoffentlich ist Ihnen nichts passiert. So weit bin ich ja ewig nicht geflogen. Wie wäre es mit einer kleinen Zwischenlandung, um Kraft zu tanken? Das ist keine gute Idee. Oh, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weiter fliegen kann. Na ja, dann Pietri fliegt. Macht leichter als für Swoopa. Du kannst noch nicht wieder fliegen, Pietri. Dann werde ich mal mein Bestes versuchen. Du, ganz sicher? Wir beide sind zu schwer für Swoopa. Das Ganze war meine Idee. Du schaffst das, du ganz guter Gleiter. Du hast recht. Ich krieg das hin. Das ist gar nicht so übel. Ich check die Lage mal von ganz oben. Hey, Swoopa! Pietri, kommt mal hoch zu mir. Der Wind bläst uns geradewegs ins große Tal. Dann kannst du deine Flügel ausruhen. Die alten Knochen freuen sich über ein Päuschen. Jetzt gleiten wir in nullkommanichts ins große Tal. Mir hoffe ganz doll. Es ist wahr. Man hat sie gesehen. Sie kommen wieder zurück. Wir haben es geschafft, Swoopa. Wir sind zu Hause. Also ohne dich hätten wir das nie geschafft, Guido. Wauw! Wauw! Schön, dass du wieder da bist! Pietri! Wauw! Petri, du bist ja verletzt. Ein bisschen, mir sonst sehr gut. Das hier, Swoopa, er fliegte mir nach Hause. Ich danke dir vielmals, Swoopa. Das habe ich doch gern gemacht. Aber das Ganze war Gidos Idee. Er hat den Wind entdeckt, der uns hierher getragen hat. Ohne den Wind wäre niemals geschafft nach Hause. Oh, vielen Dank, Guido. Das hast du gut gemacht. Hört mal alle her. Heißen wir Petri, Guido und ihre neuen, ich meine unsere neuen, Swoopa ganz herzlich willkommen. Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017